Die Bärste fahren natürlich eine Ehrenrunde und die wird hier am Dorfplatz starten und auch noch einmal hier vorbei ziehen. Und vergessen Sie nicht, mit dem Corso allein ist es noch nicht abgetan. Wir treffen uns natürlich nachher alle sehr gerne und sehr humorvoll und sehr lustig im Festzelt. Vergessen Sie das nicht, wir sind alle im Festzelt nach. Was sind die, sagen wir es noch einmal. Lerndhuker. Ah, Lerndhuker. Lerndhuker, Fabel. Aller versteckt. Aller versteckt. Der hat die rummiggefahren. Der Nobelsauto, was ist das für ein paar Jahre? Was, kein Oldtimer. Nüht. 2001. Ah, ist das? Ja, aber der Bobmann sieht nirgendwo in der Trügerzwang, der Bobmann genau liegt. Ach so? Ja. Ein tolles Gefährt. Ich habe mir sagen lassen, die werden produziert seit 1906. Also, soweit ein Kultfahrzeug, aber es sind handgemachte Autos, wenn ich das so richtig sage. Das ist richtig, also morgen feiert heuer, das 100-jährige Bestehen und seit 1923 wird diese Form gemacht. Es ist ein Stahlrahmen unten und der ganze Rahmenaufbau ist aus Eschenholz und wird alles händisch gemacht. Also, die Sitze werden händisch genäht, richtig, und auch die Schutzbrinke und alles wird händisch gemacht. Also, wenn ich das nicht Heuer Och, du bist ein Stahlrahmen, der hat den Knie. Ich bin in der Kirche. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020